Du hast Trauermücken bei dir im Zelt entdeckt? Was passieren kann und wie du sie am besten los wirst, siehst du nach dem Intro. Willkommen zurück 420, danke, dass ihr euch das Video auch wieder angeschaut habt. Bitte, alle, die es noch nicht gemacht haben, abonniert meinen Kanal, das zeigt mir, dass ihr Interesse habt und ich weiter Videos produzieren soll. Was sind überhaupt Trauermücken und was kann passieren, wenn man sie nicht bekämpft? Trauermücken ist eine Art Zweiflügler, wie kleine Obstfliegen und diese legen Larven in den Boden. Und diese Larven ernähren sich zum Teil auch von den Wurzeln und können diese Wurzeln minimieren, was wirklich schädlich für unsere Pflanze ist. So ein Weibchen kann bis zu 200 Eier legen. Ey, kurze Werbung in eigener Sache, Freunde. Ich bin dieses Jahr auf der Mary Jane in Berlin und wenn du auch Bock hast auf die Mary Jane, die größte Kifferparty Europas, ab 18 natürlich, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Code MMFG, alles klein geschrieben, für den Ticketkauf benutzt. So sparst du nochmal 10%, das ist bestimmt ein Jibbit. Und ich bekomme eine Kleinigkeit. Vielleicht trifft man sich da und gibt dir eine Kleinigkeit wieder zurück. Bis dann. Und nach ca. 7-8 Tagen schlüpfen dann die Larven. 200 neue zusätzliche Trauermücken. Und diese werden sich weiterpaaren. Die sind hauptsächlich nur dafür am Leben, um sich fortzupflanzen. Eine Trauermücke lebt ungefähr 5 Tage und stirbt dann. Die können auf einem Quadratmeter bis zu 2500 Stück werden. Überlegt das euch mal. Deswegen sollte man unbedingt Trauermücken bekämpfen, wenn man sie sieht. Und da gibt es eine mögliche Reihenfolge, wie ich es machen würde und ich es euch aus Erfahrung mit auf den Weg geben möchte. Ja, ich bin dicht. Aber das nur am Rande. Hierzu möchte ich noch vorab sagen, wer gar keinen Bock auf Trauermücken hat, kann gerne auf Hydro wechseln. Und damit hast du das Problem der Trauermücke nicht. Aber Hydro ist ja so schwer. Nein, Mann, das ist nicht schwer. Wenn du dich da reinlegst, dann wirst du es schaffen, Alter. Es verändert sich ja nicht immer. Einmal gelernt und immer weiter erweitert. Weißt du, mein Freund? Probierst du einfach mal. Es macht richtig Spaß. Aber weiter in diesem Fall auf Erde. Was kannst du machen? In meinem Fall, wenn ich das entdecken würde, würde ich direkt Streichhölzer, die man sowieso zu Hause hat, kopfüber in die Erde stecken, circa ein, zwei Zentimeter tief. Denn dieser Schwefel, der an den Streichhölzern dran ist, ist perfekt dafür, wie Larven, die in der Erde sind und immer wieder neue Trauermücken bilden, davon sterben. Der Schwefel tut der Pflanze nichts. Allerdings, die Trauermückenlarven hassen das und werden so zugrunde gehen. Und das ist eine schöne Möglichkeit, um es erstmal zu überbrücken. Ich sage hier auch extra erstmal überbrücken, weil wenn du jetzt schon eine Plage hast, wo es so viele Mücken sind, dann bekommst du das auch nicht mehr mit ein paar Streichhölzern in den Griff. Da gibt es dann nochmal zwei Methoden, die ich euch jetzt vorstellen würde. Ja, es gibt auch noch andere. Allerdings waren diese zwei Methoden, die ich dann angewendet habe, effektiv und haben mir wirklich die Ernte gerettet. Und diese erkläre ich euch jetzt. Nummer eins wäre Niemöl. Trage etwas Niemöl, circa 20 Milliliter auf drei Liter Wasser in eine Sprühflasche und besprühe die Pflanze. Das gleiche machst du auch im Gießwasser. Und wirst somit das Erdreich damit gießen. Das verhindert eine erneute Eiablage der Trauermücken und verhindert die Verbreitung der Larven. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Naturprodukt, was ich euch empfehlen kann. Das greift die Pflanze nicht an und kann immer oft beliebig benutzt werden, ohne dass ihr euch da irgendeinen Schaden oder Chemie reinzieht. Nummer zwei wären die Nematoden. Das ist eine auch wirklich sehr, sehr biologische Methode und eine effektive Methode, um diese Trauermückenlarven wieder loszuwerden. Und hier handelt es sich um Fadenwürmer, die wirklich sehr, sehr klein sind, die ihr euch kaufen könnt und dann im Substrat vergießen könnt. Diese ernähren sich hauptsächlich nur von den Trauermückenlarven und sollten da die ganzen Trauermückenlarven aufgegessen sein, werden diese Nematoden auch wieder sterben. Diese sind auch für Menschen und Tiere völlig unproblematisch. Diese Nematoden bekommt ihr überall online, kostet auch nicht wirklich viel und ist auch echt nachhaltig, Freunde. Dauert circa ein bis zwei Wochen, bis die Nematoden die ganzen Mückenlarven gegessen haben und du diese Plage wieder in den Griff bekommen hast. Zusätzlich ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr mit Gelbtafeln arbeitet. Denn damit könnt ihr auch die Mücken, die schon geschlüpft sind, fangen. Das ist immer wichtig, denn wir wissen, sie paaren sich, legen dann Eier pro Weibchen 200 Stück. Es kommen wieder 200 neue nach einer Woche ungefähr und so weiter und so fort, bis das ganze Zelt voll ist. Und das wollen wir nicht. Also kämpft dagegen an, sobald ihr es seht. Mit diesen Möglichkeiten erst mal Streichhölzer zum Vorbeugen, bis ihr nie ein Öl habt oder diese Nematoden. Es gibt auch noch andere, ja, wie eine Schicht Sand oder Zimt. Das gibt es alles. Allerdings wird das Video viel zu lange. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Dann werde ich ein Video dazu machen. Oder stellt einfach eure Frage, die ihr zu dem Thema habt, auch in den Kommentaren. Und danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren. Euer MMFG. Bis zum nächsten Mal, Freunde.